ok wir machen weiter freunde reaction mäßig ich will wir reagieren jetzt mal auf was lustiges das habe ich vorhin wo ich aufgestanden bin hier im fernsehen habe ich mir das reingezogen ich hab mich tot gelacht digga ziehen wir uns jetzt auch ein so all right let's go oh helena fischer ist klasse wie sie ausdrücken wie eine katze kommen diese zähne bruder helena ich hab den typen das erste mal gesehen weil habe ich das erste mal gesehen das war vor ein oder zwei wochen habt kannte idee ich finde es krass er nimmt nämlich er hätte natürlich auch die stimmen synchronisieren konnte irgendwie aber er nimmt die er nimmt ausschnitte aus interviews aus stories aus alles ist krass auf jeden fall da gibt es sich auf jeden fall krassen riss ich will nicht wissen wie lange es dauert so ein video zu machen das ist der schönste geruch und der geruch der mich am glücklichsten gefällt dir ja mann die brüste dicker ich löffel trotzdem gern abends immer noch nutella was machen sachen film einfach ich fick eure mütter alle die ihr da seid dich fick ich als erstes bro sorry digga ich schwester ich kann ich konnte mich nicht zurückhalten die uren sind nicht schmink euch alle geil wer von euch kannte das schon digga zu wild zu wild die alle die Bis zum nächsten Mal.